Ja, oh, ich habe meine Kappe vergessen, aber meine Frise sieht auch furchtbar aus. Ja, kann ich was Neues ausprobieren? Ich habe mir ein bisschen was in die Kappe eingebaut, kann ich euch zeigen. Ja, fertig. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ich muss selber mal gucken, kann ich ja spiegelmäßig, ja. Und, oh, ein bisschen kurz geworden, das Ganze. Aber okay, da muss ich noch mal ein bisschen was einstellen hier drin. Aber, naja, mein Gott, setzen wir halt der Welt jetzt hier auf. Machen wir ja eh immer.